Herzlich Willkommen zur nächsten Resident Evil Episode. Wieder in dem Raubzug Modus. Ich glaube es ist mittlerweile die vierte Episode. Und zunächst mal gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich habe das gleich wie vorher bereits einmal gespielt gehabt und ich muss sagen, das ist richtig, richtig heftig. Also bereitet euch auf das Schlimmste vor. Ja, ich hoffe mal wir schaffen es auch. Ich habe es vorher schon einmal bereits nicht geschafft. Also könnte das sehr spannend werden. Ist auch so wirklich das erste Level, wo ich sage, uiui. Ab hier zieht der Schwierigkeitsgrad doch um einiges an. Achja, da fängt es schon an. Wollen wir aber auch einfach zu lange gebraucht. Ist jetzt das erste Spiel wieder, müssen wir es ein bisschen wieder reinkommen. Denk ich. Ah, jetzt gehen wir schon hin. So, gucken wir hier auch in alle Schränke rein, weil hier jedes bisschen an Munition und alles hilfreich ist. So. Wir haben ja schon geguckt. Geht es jetzt weiter? Das ist schon mal ein ganz Gemahl, ja? Oh oh oh. Oh oh oh. Okay, ich muss mich erstmal hier wirklich wieder ein bisschen akklimatisieren. Es gibt es doch gar nicht, dass wir den da nicht treffen, nur weil er seinen Kopf bewegt. So, echt schnell. Okay. Und ich glaube, er lebt noch. Ein bisschen uncool. Okay, jetzt ist er tot. Ähm. Ja, wie gesagt, müssen wir erstmal ein bisschen wieder rein kommen. Vielleicht finde ich den Level ein bisschen uncool. Aber naja. Da hätte ich vorher dran denken müssen. Oder sollen. Ob hier irgendwo so ein Bonus Ding ist. Irgendwie nicht. Und hier auch nicht. Ne. Okay. Dann gehen wir jetzt hier runter. Dafür brauchen wir nur einen Schlüssel. Dann müssen wir erstmal hier rum. So, was ist hier? Oh, da ist so einer. Das war doch eigentlich voll in den Kopf, oder nicht? Ach, was hier halt aus dem Bild. Oh ja, ich stelle dich im Schießmann-dubhaft an. Oh. What the fuck. Wer bist du denn? Lass mich in Ruhe. Holy shit, was geht denn ab hier? Erstmal irgendwie gucken, dass wir dem jetzt in den Kopf reinschießen. Das war schon mal nett, der Kopf. So, das war gut. Jetzt liegt der da. Oh man, ich hätte vielleicht eine Runde vorher zum Einüben wieder machen sollen. Bisschen uncool, muss ich mich ehrlich sagen. Oh naja, sonst ist es ein bisschen lustig. Diesmal halten die Schultern statt in den Kopf. Ist ja auch mal was. Oh, jetzt hätten wir den Kopf, glaube ich, getroffen. Und wir mussten nachladen. Sehr geil. So, er ist tot. Oh man. Habe ich mich ganz schön angestellt eben. Ganz ehrlich. Fast schon peinlich. Aber naja. Kriegen wir schon einen Inke hier hin. Lass mal den tot schießen. Das ist nicht schlimm genug mit den zwei hier. Das war doch eigentlich schön, wenn den Kopf rein war nicht. Der aber okay. Wir haben ja, glaube ich, so ein Bonuspunkte-Ding. Genau. Das war nur ein kleiner, ist aber besser als keins. So. Können wir jetzt die Tür aufmachen, die wir vorher gesehen haben. So. Da ist sogar der Fahrstuhl. Da ist ein bisschen schade, dass die Fahrstühle immer so lange brauchen. Selbst auf der Wii U. In einem 3DS-Spiel oder so könnte ich es ja noch nachvollziehen. Aber wenn ein Wii U-Spiel sind, die Ladezeiten dann doch etwas zu hoch. So. Was haben wir hier? Okay, jetzt sind wir hier, wo wir das erste Mal dem Boss begegnet hatten. Er hat gut gesessen. Er ist tot. Wo muss noch mehr? Du Sauerhund, Mann. Was geht denn ab mit dir? Ach, wo ist denn der? Okay. Schießt mich halt alle ab von allen Seiten. Ich glaube, wir nehmen mal lieber die hier. Die Waffe rein. Komm, 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 komm. Du gehst erst mal raus, alles klar. Wie sieht es mit dir aus? Nachladen. Kommt wieder irgendwer von der Seite. Ich weiß mir jetzt nicht so gut. Nachladen, nachladen. So, der ist tot. Schön MG Munition bekommen, das ist auch gut. Nachladen. Das ist so cool. Oh, da kommt noch einer. Das war knapp. Das habe ich vorher nicht gesehen. Die Munition für die Waffe ist ein bisschen wenig, finde ich. Ach du kacke, wo kommst du denn her? Na, lass mich mal weg hier. Okay, der ist tot. Oh, ey, 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 ey. Was machst du denn da mit uns hier? Gut ausgewichen. Eieiei. Warum haben wir denn nicht voll? Ich habe eigentlich schon nachgeladen gehabt. Den hier ab. Erst mal den hier wegfließen irgendwie. Der geht mir meistens noch in Sack. So, 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 so. Komm, komm, komm. Nachladen. Stirb, stirb, stirb. Er ist tot. Beide tot. Nachladen. Glück, dass hier oben jetzt gerade keiner kommt. So, erst mal nachladen, alles hier. So. Wo kommen wir denn her? Oh, da war auf jeden Fall was. Wo bist du auch so gut wie tot? Töten wir dich so? Okay. Kommst du denn her, Kollege? Okay. Ich kann mich auch so töten. Okay, okay, okay. Es wird ein bisschen weniger überall, denke ich. Ich sehe die Blumen noch. Ja. Ob die haben wir nicht eingesammelt gehabt? Ich war mir nicht sicher. So, wo kommst du her, Kollege? So. Du bist tot. Da kommt der noch schon wieder eine. Okay, das war ein bisschen kacke. Das war er. Ich glaube, der guckt da von der anderen Seite auch noch eine. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Lassen wir den kleinen hier umschießen. Okay, wir hören schon den... ... die Kettensägen-Geräusche. Das kann nur der hier sein. Das war klar. Und jetzt dürfen wir erstmal eine Runde rennen. Weil, naja. Ihr kennt den ja. Aus der Story-Mission zumindest. Die die es angeguckt haben. Der ist wirklich übel, übel. Und deswegen dürfen wir jetzt erstmal ein bisschen rennen. Oh, wo kommst du denn her, Kollege? Ja. Nicht so geil. Ich bin stecken geblieben hier. Das ist nicht so gut. Wir müssen weg hier. Lasst uns weg. Lasst uns weg. Oh mein Gott. Oh, wir haben keinen Nachladen. Munition. Munition, Munition. Okay, der ist tot. Okay, der ist tot. Oh, holy shit, Mann. Wie ich den hasse den Kerle. Okay, der ist wieder so ein kleiner auf. Lassen wir den nachladen. Oh, wo kommst du denn her, Kollege? Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Lass mich weg. Oh, holy shit. Oh, holy shit. Nachladen. Weg, weg, weg. Holy shit, was bist du nur so schnell? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Nachladen. Okay. Da kommt wieder einer. Mal aufpassen, dass der nicht auf einmal genau so auf einmal vor uns steht. So, der ist tot. Und aber kaum noch Munition. Für diese Waffe. Den würde ich ganz gerne wegschießen, den kleinen. Wenn ich ehrlich bin. Klappt aber nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Okay. Besser als nix. Weg, weg, weg. Schießen, 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 schießen. Weg, weg, weg. Unterspringen. Nachladen. Gucken wir mal, was wir hinten finden, Munition haben. Vielleicht können wir noch MG-Munition. Gewehr, Gewehr. Bisschen uncool. Wo kommst du denn her, Kollege? So, jetzt haben wir den kleinen Tod. Ist nur noch der große da. Ich will es richtig sehen. Wo sind wir hier kurz. Komm. Wir haben eine Falle hingelegt, der Sauerhund. Wir müssen mal aufpassen. Okay, wir haben es geschafft. Eieiei. So, mit dem Schluss, du ne? Wir können nur jetzt hier rum. So. Haben wir noch ein bisschen Party? Nachladen. Nachladen, Mann. Okay, heilen. Okay, wir sind tot. Hat uns einfach mal gewonnen, hittet, der Kerl. Das war einfach blöde, dass wir da an der Stelle jetzt noch gestorben sind. Ja. Wir haben aber ein Level up bekommen. Da hat er uns echt gewonnen, hittet, der Sauerhund. Nur weil wir keine Munition mehr gehabt haben. Ja, das war ein bisschen blöde. Aber naja. Ändern können wir es nicht. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Und, ja. Das wäre der letzte Mob gewesen, denke ich. Sehr, sehr ärgerlich. Na ja, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.